Technik daddy du denkst meinte ich das nur da haben die echt nur ein Entzünden dabei Man merkt direkt, dass er noch keinen Mana-Buff mehr hat, ey, scheiße. Ich lasse eine Runde Back gehen, zwei von uns sind oben. Hat jemand Clarity? Ich bin gleich nicht mehr oben. Gut, perfekt. Ich geh Mana-Buff holen, bin direkt wieder da. Fail. Nooo! Hat sich Vega weggeblinkt von meinem Speer. Ah, fuck! Na, Jack's pushed off. Oh, endlich kaputt. Boo! Gہہہ! He got it, don't you know, his hair goes back? Okay, gut. Gut. Ich habe gerade eine freie Tower gedankt Ja Lass back gehen Aber danke für den Heal Das ist e-mails Nice, das gibt es gar nicht, die können uns gar nichts anhaben Hätte ich echt nicht gedacht Ja, wir haben beim letzten Mal schon mit so einer Combo gewonnen Ich glaube, wenn ich so ein Team sehe mit einem Laderscreen, würde ich direkt denken Ja, win Ja, so wie die Ja, genau Ich fang mal an Aegis zu bauen War das schon mal zweimal, oder? Weil Taric hat's Das wird lustig Das wird lustig Ja, ich baue Höhlenzapter jetzt als nächstes, deswegen Magie-Resi-Verringerung von denen Und einer von uns muss hier Dings bauen, Wille der Bealten Wille der Bealten? Ja, 20 AP und Sauber-Hampir für jeden Ja, Aura mit AP Ja, kann ich ja als nächstes dann nachgehen Oder Renegade vielleicht mal, oder? Ja, ich, ich kann's auch nehmen Oder Ich hol mir jetzt eigentlich Stapet-Zeit Ja, mach Stapet-Zeit Ja, mach Stapet-Zeit Nee, nee, nee Lass hier weitermachen Wir machen jetzt die Base Tower Blood Wenn Alistar kommt Weil desto länger wir warten, desto mieser wird das Game für uns Wir machen nämlich am Ende nicht mehr genug Schaden, um die wegzupushen Deswegen müssen sie sehen, dass wir das Game jetzt noch nicht möglichst schnell gewinnen Ja, wir müssen halt gegenheilen können Ja, ich hab mal ein bisschen Mana-Rack für alle gekauft, ne? Das ist immer gut Standard-Item da, ja Den Mana-Fieler auch Welchenudge Echs für mich fundamentals Entschuldigung So, wo ist der Minio? Wir gehen zur Albee dem, ja Blar Ich seh gar nicht mehr durch wie ich alles heilen muss Ich heil die ganze Elf Halt den Minion Halt den Minion Nein man Der Flüssig war da zu schön Hey Wie turn it down warte mal Es low HP läuft nur 15 Was machst du nein nein da nicht unser Team verzocken Bin wieder da Ja aber in the base Ja ich komm direkt wieder man Ja jetzt haben wir zum Bild hätte ich echt nur gepackt Pass mal auf ey Ach scheiß mal drauf könnte ich mit einmal durchpushen Ich musste mein Revive noch raushauen Danke Zündest du Sherelyard? Das war so effektiv Verflüssig Er läuft rein Ich bin tooooot Ich mach mal oben den in hier bitte Da haben unsere Minions inzwischen schon durchgepusht Genauso wie unten Motivation Ja das ging auf einmal nur Efter mit einem Turm zerstört Efter mit einem Turm zerstört Efter mit einem Turm zerstört Ja auch nur mit uns ja eigentlich Ja Bis auf die base Tick Wartet noch auf mich! Nox, komm hier entgegen bitte, ich gehe dich! Geht auf den scheiß Dingenser Nexus, haut einfach drauf! Klar, liegt zu weit vorne! Das für dich heißt, dass es nicht überlebt ist! Naja... Ja, jetzt sind wir tot! Verdammt! I'M LIVE! Ja, das kann echt sein! Vielleicht wäre es jetzt echt noch verlierend! Nein! Wie soll das gehen, Alter? Bei denen ist alles kaputt! Alles! Alistar, bleib jetzt erstmal cool! Mach mal Mana-Buff von denen oder so! Ah, du willst mich nur beruhigen hier! Ich wollte da jetzt rein stürmen und alles töten! Jaja, ich habe schon gesehen! Ich schieß da was in deinen Augen! Boah! Im Prinzip könntest du mit Ulti glaube ich den Nexus töten! Ja! Doch, ist möglich! Ich hätte mir Schattengelegen kaufen müssen! Äh... Hat der schon viele Fälle der Wolken jetzt? Ne! Nein! Wie schon gesagt, ich baue jetzt erstmal Höllen-Zepter! Damit mir denen ihre Magie-Resi noch verringern! Jawohl! Was geil ist, wenn wir alle zusammenstehen, habe ich unten so fünf oder sechs Auren offen, Alter! Das ist echt geil! Ja, ich habe so allein bei mir schon... Also, siehst du ja dann... Ja, ich habe vier! Das ist mit so... Das ist einfach schon krank! Ich meine... Was du da schon alles hast und dann... Was wir alles noch so an Items haben! Ich meine... Das ist einfach nur... krank! Ey, wie die Auren nur hochgehen, Alter! Die auch! Ich bin weiter leistig! Ah, Alistair hat kaum Mana! Das ist echt happig! Beim nächsten Mal solltest du dir vielleicht Mana halt eben kaufen! Ja! Ja, mache ich auch! Wir kümmern uns halt keinen! Ich mach die Base jetzt, komm! Das ist für eine... Hä? Alle hier zünden ihre Heels... Heel, 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 Heel... Das ist echt... Geil! 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 Oh shit!